Ich schieße nur auf Can, wenn er in meine Richtung rennt. Kannst du ruhig schreiben, wenn du willst. Äh, nee, mach du doch. Nein, weil ich hab mein ganzes Zeit meinen Bogen anspannen, sobald ich aufhört meinen Bogen anzuspannen, rennt er in meine Richtung, sei jetzt schon. Siberius, wärst du so freundlich. Was soll ich schreiben? Okay, dann nicht. Ich hatte ihn gewarnt. So, ähm, dann leg ich mein Diazeug mal rein. Äh, essen brauch ich noch. Ähm, wo ist dein Eisen? Ähm, da kommt Kalle hoch. Faszinierend. Ja, ist mir bunte. Ist mir hart egal. Erstmal essen. Was, wir haben nur ne Holzachs, wir sind ja shit. Ja, gut, und jetzt? Was? Und bretter Chicken? Verüberung! Hahaha! Verüberung! Verüberung! Was? Was? Ja, was das? das war keine provozierung es braucht die dazu aber gut das wird brennen jetzt ist mir egal jetzt er das verdient man darf anmerken diesmal bin es nicht ich jetzt hat das verdient kann der witch tränke hochwerfen ich töten echt ja unwahrscheinlicherweise will er mich töten krasser scheiß interessant ich bin auch wenn die insel ziemlich geil war wenn es sein muss baue ich mir jetzt einfach einen riesen fetten turm aus stein die luft wenn java nicht abschmieren würde großen stein penis das hat sich jetzt meine ganzen wertvollen sachen genau ich habe mein ganzes zeug in die ender chest ganz ehrlich hast du eisen genommen ich habe 19 eisen aber das ist ja das hatte ich schon vorher alles eisen nein alles nicht haben die geklaut wenn es weg ist dann habe ich doch alles genommen dann komm ich nimm es einfach schnell mit dann kann er das haben sie nicht haben sie genommen also ich hole es mir dreck und in einem die ja nämlich schnell mit er hat eine ambush daraus gemacht wtf das habe ich gerade ich wollte noch irgendwas machen buch buch kommt irgendwo rein buch kommt wo rein das habe ich habe ich in der bullshit kiste nicht noch lava einmal stecken ja geht doch musst du tiberius gehen der hat genug gegen tee und so weiter ich habe nur 13 ob ich noch mal den stuff ja warte an ahja nico ich baue mir jetzt einen alternativen weg zu dir hin weil meine nette festung wird dazu sein dass ich hinterher so einen mega über turm in baue und dieser mega über turm wird auf dieselbe höhe wie deine insel sein da ich jetzt schon Alex bist du gestorben oben äh nö weil da liegt ein diamantschwert was da liegt ein diamantschwert dann ich nehm es ganz aussage das ist ein untergebiet ganz ehrlich dann darf ja auf der hier gebiet ohne dass die probleme weil es ja auch meins ist und tiberius seins auch hä? nein 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 das ist mein gebiet wenn die jetzt so hier rumlungern um zu trollen das hört sich sinnvoll an ja das wundert mich gar nicht ne dann komm auf meine separate dreckinsel verdammt ecken springen geh drauf baum hässliches mist fähig ich brauch noch n dingsding 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 ist offiziell das geilste wort ok ganz ehrlich nico deine impf sieht von der seite aus wie ne riesenfliegende schüssel ja das weiß ich das hat sich noch nicht geändert alter spamming verboten jetzt darfst du ihn wegen spam blocken die haben echt so viel glück die haben echt so viel so nichts zu tun Moment Probier 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 Pasta for Tervin Das ist absichtlich so geschrieben und weh jetzt kommt wieder das spam war nur Nummer 2 raushauen bitte das ja 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 jaja hahehe der weiß nur noch nicht was ich mit ihm mache wenn er es nicht einhält du machst was? ich verbanne ihn in die Florence die gibt es nicht was lustiges machen dafür muss muss kalle noch was lustiges machen dafür muss er nämlich richtig stehen ich bin untergefallen also ungefähr dies ist die höhe meiner meine meines turms ich muss sagen ich habe es voll drauf ich glaube ich bin noch nie so geil gefällt ich bin geschlagen ja schneller so besser festungsturm grundhöhe steht unten sind ein paar monster die wollen nicht ich brauche unbedingt einen bogen alter ich würde so gut auf deine aachen noah amen die sogar auf deine aachen noah amen mein laver einmal hatte jetzt noch dran hat der fragt hast du dir jetzt erst einen ab so in 23 minuten das ende schreibst du das rein tiberius wie viele minuten machen wir noch zwei minuten oder exakt keiner fällt so gut wie ich okay es war es war reinste epicness in fünf minuten ich dachte gerade kubi wäre da und bauten steinpümmel genau muss ich ehrlich sagen ich dachte erst auf kubi ist da und bauten steinpümmel ein penis ist nicht mein stil ich bau mir lieber türme oh das deck ist runtergefallen also doch penis hat dann mich irgendwann mal getötet nicht geil mich haben alle dreimal gekillt und ich glaube kubi ist in meinem haus das einzige problem ist dass ich von hier oben nicht mehr runterkomme zur zeit außer ich baue mich runter es nervt voll dass beide hier sind es ist neverportal mal abbauen nein ungern oder ausmachen du kannst ja auch ausmachen nein obwohl wenn du mich so fragst nein nur die sagen sich im chat die ganze zeit nico kommt nico kommt nico kommt ich muss sagen ja schon wieder heruntergefallen kalle mach schnell's neverportal zu bin grad hier oben aber ich komme grad nicht runter ist mir doch egal und tiberius denkt sich die ganze zeit so kartoffelkommando das hier ist wesentlich effektiver und wesentlich die recht ja ein kartoffelkommando das alleine ist ja hast du eine endertruhe bei dir ja ich auch nie weil ich den tummel brauche ich obwohl heißt nächste folge weil ich sowas von farmen oh sorry was aber gleich werde ich wieder getötet ja ein zombie ja du bist von zombie getötet ja man hey das ist nicht nett feuer tut weh boah ja das wird lustig ey boah alter kalle ey man wie frustriert bist denn du eigentlich ich will mein Zeug wieder an unglaublich ich bin ein kleines kind ich muss mich der ist zwölf jahre alt was erwarten wir ja so kommt es nämlich grad vor fuuuuuck shift taste ich muss sagen der turm der wird zu hoch ganz ehrlich die festung wird zu hoch werden der turm wird zu fucking hoch sag ich jetzt schon also ich soll das netzer portal abbauen äh ne noch nicht das rentiert sich jetzt noch nicht das war ein creeper komm hier creeper bittchen ich hab ein penumbra schon stärkere spinnen gesehen die haben mich auf zwei schläge getötet und schon ist direkt da das jetzt ist der lab und dann spawne ich wieder in lava mit drei herzen hm ist das pferd ist das feige ja das ist feige wir können ja pepi hinzuholen die gewissen pvp pro alle ich bin pepi ich bin der pvp pro wo ist chan verschwunden eigentlich wollte ich ja erdefarben gehen ne daraus wurde wohl nichts nein warte 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 ich will den stein abbauen moment moment wo bist denn du bei hinten ähm in meiner wohnung weißt du es war so friedlich bei mir ne und dann kamst du ja ich ja server und stopp gut dann leute bis zum nächsten mal tschüss war lustige runde tschüss 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 tschüss